Oh mein Gott, was mache ich hier bloß? Ja, und damit ein Willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen eine Runde Mega Man 1 für das NES. Ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das so enden wird. Wird bestimmt ziemlich lustig. So, wir drücken einfach mal statt und fangen ganz einfach mal an. So, wir fangen mit Gutsman an. Und als kleine Information schon mal... Ja, Gear Points 90.000. Ist in Ordnung. So. Erstmal wieder so ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich Mega Man 1 gespielt habe. Demzufolge ist es natürlich kein Blind-Let's-Play. Also, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Dürfte, war... Ein paar Wochen ist das auf jeden Fall schon her. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Es soll ja eins der schwersten Mega Man-Teile sein. So. Perfekt. So. Ach, komm. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. So. Perfekt. Ach, komm schon. Ja, also man sieht, dass, äh, dass das Ganze kein Blind-Let's-Play ist. Ja, äh, auf die Mega Man-Reihe aufmerksam geworden bin ich tatsächlich... Ich will das... Sag mal, kann das sein, dass man, äh, überhaupt keine Chance hat, an das Leben zu kommen hier? Ja, ja, komm. Treff mich. So. Wir sind beim Boss. Geht ja relativ zügig. Ja, super. Ein bisschen Energie wäre eigentlich mal ganz toll. Ja, natürlich nicht. Warum auch? Ja. So, Guts-Man. Ach, scheiße. Ja, komm. Dich kriegen wir doch ohne Probleme platt. Ja, komm. Jawoll. Ja, und natürlich... Ja, na klar. Ich werde natürlich noch betroffen. Ist logisch. Ja, lebt doch ganz gut. Für den ersten Versuch gar nicht mal so schlecht. So, na komm. Ich will weitermachen. So, als nächstes machen wir Cutman. Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass das ein absoluter Durchmarsch wird hier. Und Safe-States werde ich natürlich nicht benutzen. Ich werde es zumindest versuchen. Auch wenn eine Stelle in dem Spiel, äh, ziemlich heftig sein wird. Da kommt einer. Ja, genau. Oh, gib mir mein Leben zurück. Ah, scheiße. Ja, Cutman, äh, die Stage ist meiner Meinung nach ziemlich einfach. Das dürfte es zumindest, äh, kein Problem darstellen, würde ich jetzt immer sagen. So. Ja, scheint ja doch ein ziemlicher Durchmarsch zu werden. Ja. Ja. Mann. So, komm, das muss, äh, auf Anhieb klappen. Ja, natürlich. Oh, Mann. So, schauen wir mal. Ja, jetzt funktioniert es natürlich. Ja, komm, lass dich treffen. So. Äh, ich weiß gar nicht, äh, was die Waffe gegen, äh, Cutman ist. Ich meine, das war, äh, die Waffe von Cutman. Ne, Moment. Cutman? Ja, doch. Wir sind in der Cutman-Stage. Ich habe die Waffe, ganz ehrlich gesagt, noch nie ausprobiert. So. So, hopp. So, perfekt. So, Monster brauchen wir nicht wirklich zu erledigen, äh, es gibt ja nicht, sowieso, äh, nicht wirklich einen Bonus für. Ja, vielleicht ein paar Bonus-Punkte, aber das war es auch schon. Und die brauchen wir, ja, nicht unbedingt. Oh. Okay, alles klar. Ja, natürlich, du springst nicht hoch. Äh. Ja, ich habe das Ganze schon mal aufgenommen. Allerdings war ich natürlich ein bisschen zu blöd, äh, die Aufnahme richtig zu starten und hatte meine Stimme, äh, doppelt aufgenommen. Dann komm, so. Deswegen darf ich jetzt den ganzen Scheiß nochmal machen. So, wir schauen mal, äh, was du zur Waffe von Cutman sagst. Ja, wir können die gar nicht einsetzen. Ne. Ach, komm. Nein, 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 nein. Oh. Nein, nein, nein. Geh weg. Das nenne ich mal einen epischen Sieg. Also, wie gesagt, ich spiele das nicht zum ersten Mal. Ich glaube, insgesamt habe ich das, ja, lasst mich lügen, drei oder vier Mal gespielt. Also, noch nicht so oft. So, schauen wir mal, ob ich... Ne. Ja, natürlich. Oh, ja, wohl. Funktioniert doch. Ja, ey. Hm, genau. Funktioniert doch, wollte ich sagen. So, ganz easy. So, schauen wir mal, ob wir hier mit einem Wash durchkommen. Ja, perfekt. So, muss das. Ach, komm schon. Perfekt. So, mal gucken, ob ich das jetzt schaffe hier. Jawoll. So muss das. Also, es klappt auf jeden Fall besser als bei der ersten Aufnahme. Muss ich ja sagen. Mal gucken, ob ich eventuell auch, äh, es dieses Mal hinbekomme, den Glitch zu zeigen. Perfekt. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Okay, das hat bei der ersten Aufnahme besser geklappt. So, hier. Na, komm. Ach, komm. Hier gibt es nämlich einen Trick, äh, in dem man... ...nach unten drückt und gleichzeitig schießt. Ja, hier auch funktioniert, aber irgendwie... Na, komm. Na, komm. Jawoll. Ah, ich bin ein ganz kleines bisschen zu weit unten. Ja, 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 komm. Jawoll. Jawoll. Ach, komm schon. Na, ist gut. Juhu, ich brauch das Video nicht hochladen. Ich hatte nämlich extra ein Video hochgeladen, wo ich den Glitch noch zeige. Also, beziehungsweise habe ich schon aufgenommen gehabt. Denn beim ersten Durchlauf hat das Ganze nicht so funktioniert, wie ich es ganz gerne gehabt hätte. Aber umso besser spare ich mir einen Upload. So. So ist es nämlich möglich, an die Waffe zu kommen, ohne getroffen zu werden. So, wir warten jetzt hier mal. So. Machen wir das Spiel kaputt. Ja, machen wir das Spiel kaputt. Ach, scheiße. Die Elektro... ...haben wir noch gar nicht. Ja. So. Boah, das kann doch nicht wahr sein. So. Man, heute funktioniert aber auch gar nichts. So, komm, wir warten jetzt mal auf dich. Perfekt. Nehmen wir wieder ein bisschen Geschwindigkeit raus. So, machen wir uns das. Machen wir uns das einfach hier. Ich habe gesagt, wir machen uns das einfach. Mega Man. So. Gut. Elec Man. Äh, du bist gegen Cut. Anfällig. So. Machen wir uns auf den Weg nach oben. Natürlich ganz gemütlich. Wir haben doch Zeit. Man kann das Ganze hier natürlich noch ein bisschen schneller machen mit den, äh, Mirro Beam. Allerdings bin ich dafür ein bisschen zu doof. Okay. Webackache. Okay. Vielen Dank.